Manuelle Zeiterfassung ist unübersichtlich, aufwendig und fehleranfällig. Nicht nur die Erfassung der täglichen Arbeitszeit, sondern auch Urlaubs- oder Krankheitstage. Die Entgeltabrechnung wird dadurch aufgebläht und bindet viel Personal, zu viel Personal. Dabei ist das gar nicht nötig, mit digitaler Zeiterfassung von TimeMaster. Einfach, übersichtlich und nachvollziehbar. Ihre Mitarbeiter melden sich am Terminal an und ab. Arbeitszeiten landen direkt in der Software auf Ihrem Server und können in Echtzeit abgerufen werden. Außerdem ist ein Eintrag direkt im Programm möglich, zum Beispiel bei Homeoffice, auf der Baustelle oder von unterwegs. Auch Urlaub oder Krankheit werden dort erfasst und liefern damit die optimale Basis für Ihre Lohnbuchhaltung. Wir von TimeMaster stellen Ihnen alles aus einer Hand zur Verfügung. Als komplettes Basispaket, das Sie ganz nach Ihrem Bedarf um weitere Module ergänzen können. Monatliche Kosten entstehen Ihnen keine. Dank jahrelanger Erfahrung und durch unseren persönlichen Service ist TimeMaster das Rundum-Paket für Ihre digitale Zeiterfassung. Und Ihre Mitarbeiter können sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Testen Sie gleich unsere Demos-Software auf timemaster.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017